Einen wunderschönen guten Tag hier aus Berlin aus dem Karadja, meinem Lieblingscafé mittlerweile hier in Berlin und mein Gast heute, Sandra Maischberger, ich grüße Sie. Die Lautstärke war beeindruckend gerade. Vorher haben wir hier so geflüstert und plötzlich hier einen wunderschönen, das ist toll. Derjenige, der bei uns den Schnitt macht, der Fuchs, der hat das Intro und das Outro so laut, dass ich das immer so einfaken muss beim Größen. Nicht schlecht, ja. Also schneiden gar nicht selbst? Nein. Schneiden Sie es selbst? Nein, aber ich dachte, Sie machen das alles noch so handgemacht. Wir schneiden übrigens gar nicht in der Sendung. Außer es fällt einer um, ist eingeschlafen und man muss wirklich dann bei Live on Tape dann sagen, jetzt müssen wir einen Schnitt machen, aber eigentlich schneiden, nein, wir haben nicht geschnitten, keine Inhalte. Sie wissen aber, dass Sie Zuschauer haben, die sich manchmal wünschen, dass Sie manche Gäste lieber rausschneiden. Aber das ist das Wesen dieser Sendung, ist, dass wir versuchen, doch so viele Positionen auch unterschiedlich zu besetzen, dass sich immer garantiert jemand aufregt über das, was gesagt wird. Es ist eine kontroverse Debattensendung und die muss so sein, dass man sich über den Standpunkt des anderen dann auch bitte wirklich ärgern soll. Wenn ich mir Ihre Vita angucke, dann sehe ich eine extrem ehrgeizige Person, eine Person mit voller Willenskraft, hat sich viel durchgesetzt, wahrscheinlich viele Brüche hinter sich und so weiter. Ich saß gestern in der Kneipe bei mir. In Köthen, in der Galerie und da ist es meine Lieblingskneipe in Köthen. Und dann sitze ich da und mein Freund Sven, der hat gerade geheiratet da und meine Freundin Antje, die hat ein Kind bekommen. Dann sitze ich da und freue mich und merke aber, ich habe es nicht so richtig mitbekommen. Und dann merke ich zusätzlich, das wollte ich alles auch noch machen. Wie ist es, wenn man so viel Karriere macht, so viel sich durchsetzt und so weiter? Wie viel geht an einem vorbei? Bei mir gar nichts, ob Sie das glauben oder nicht. Es ist einfach so, dass wir, also ich von Anfang an immer das Gefühl hatte, dass ich arbeite wirklich gerne. Also der Ehrgeiz besteht jetzt nicht so sehr darin oder hat nie darin bestanden, dass ich irgendwo hinwollte, sondern ich wollte gerne das machen, was mir Spaß macht. Das ist schon schwierig. Also in der Lage zu sein, zu sagen, das macht mir Spaß und das möchte ich gerne machen, ist ja schon ein Privileg. Das war mein Karriereziel. Also nicht eben irgendeine Position, sondern ich möchte gerne damit Geld verdienen, was mir auch wirklich Spaß macht. Das haben wir geschafft, also ich und dann Jan auch zusammen. Und wir haben aber immer darauf geachtet, dass wir leben. Also Sie haben zum Beispiel in diesem Jahr habe ich radikal acht Wochen im Sommer mir freigenommen. Acht Wochen. Ich weiß nicht, ob Sie jemanden kennen, der das sonst macht. Das heißt also, in den Zeiten, in denen ich arbeite, arbeite ich wirklich viel, richtig viel. Und dann gibt es aber Freiräume, die ich mir dann immer wieder nehme. Wir sind einmal um die Welt gereist, ein ganzes Jahr lang. Jan und ich und haben, weiß ich nicht, abenteuerliche Wüstenfahrten gemacht. Australien, Neuseeland. Genau. Haben in Hostels übernachtet, sind im Zelt unterwegs gewesen, haben unter freien Himmel geschlafen. Und das ist Leben. Und davon hatten wir immer jede Menge. Ich war gerade letzte Woche in New York City. Da waren wir eingeladen bei den Leuten, die uns hier in Berlin unser Büro vermieten. Reiche Menschen aus New York, die eigentlich alles haben, nur keine Zeit. Die haben vier Tage Urlaub im Jahr. Und das wäre nichts, womit ich jemals tauschen würde. Wie haben Sie es denn geschafft, so lange verheiratet zu sein, ohne dass es irgendjemand gemerkt hat? Das hat mich keiner danach gefragt. Nein, es war einfach, wir haben für uns geheiratet. Wir wollten uns was versprechen und nicht der Welt zeigen, dass wir ein Paar sind nach draußen. Das war nicht so wichtig. Und danach hat dann erst mal keiner gefragt. Und als ich dann schwanger wurde, dachte ich, na gut, jetzt werden Sie fragen. Dann kamen wir es auch erzählen. Das waren halt zehn Jahre dazwischen. Ich glaube, es waren sogar 14 insgesamt zwischen Heiraten und Kindkriegen. Ja, sowas in der Art. Viele wissen ja, dass Sie da Probleme hatten damals mit Erich Böhme. Der hat gesagt, ein alter Esel und ein junger Gans, das funktioniert nicht und so weiter. Gegen wie viel alte Säcke mussten Sie sich durchsetzen? Und dann suche ich mir heute auch noch alte Säcke für die Sendung aus. Teil 2 der Frage. Wenn Sie das so schildern, klingt das anstrengend. Interessanterweise war es das aber nicht, weil zu der Zeit, als ich angefangen habe als Journalistin, dann auch im aktuellen und im politischen Bereich, gab es wenig junge Frauen. Das heißt also, das, was Sie als man musste sich durchsetzen beschreiben, stimmt zum Teil nur, weil ich einfach auch eine Position bekommen habe, dadurch, dass ich eine junge Frau war, die sonst keiner bekommen hätte. Ich habe mir das ja auch ausgesucht. Ich habe ein Angebot bekommen, Talk im Turm zu machen und habe Ja gesagt. Und es war überhaupt gar keine Frage in dem Sinne, mich da hinzuboxen, sondern ich bin gefragt worden. Und dass ich es dann nicht geschafft habe, lag weniger an Erich Böhme als an mir, weil ich einfach viel zu jung war. Es war einfach sozusagen die richtige Sendung, aber ein paar Jahre zu früh. Und ich habe nicht das Gefühl, dass ich mich so sehr durchgeboxt hätte. Für mich ist das, ehrlich gesagt, ziemlich leicht gewesen. Es wurde schwieriger nach der Weltreise und nachdem ich zwei Sendungen gemacht habe, die wirklich totale Flops waren. Zwei Sendungen mit totalen, miesen Quoten. Da war der Name erstmal für eine ganze Weile verbrannt. Da ging gar nichts mehr. Also ich habe da Angebote bekommen, die ich einfach nicht angenommen habe. Ich war drei Jahre gar nicht auf dem Schirm. Das war schwieriger. Ja, falls Sie wieder Zeit haben, können wir abwechselnd bei mir im Blog arbeiten. Also zum Thema Medien. Ich frage mich, wenn ich so Formate jetzt angucke wie Jauch oder Will oder sonst was. Ich weiß von meinen Zuschauern, ich kriege immer Dresche in den Kommentaren, wenn ich es annähernd so ähnlich aufziehe wie Jauch. Weil sie sagen, wir haben keine Lust mehr auf diesen geprobten, theatermäßig aufgezogenen Schlagabtausch, auf Phrasenaustausch. Was glauben Sie, wie lange solche Formate noch bleiben werden? Weil das junge Publikum, habe ich das Gefühl, möchte das gar nicht mehr. Ich möchte eher wachhaftig bleiben. Ja, aber das junge Publikum mag keine Talkshows an sich. Also ich habe mal eine Jugendsendung gemacht, die war ein Debattierformat, schon live aus dem Schlachthof. Und da hat sich schon herausgestellt, dass eigentlich die jungen Leute, die wir damit erreichen wollten, und wir waren selber jung, ich war Anfang 20er, ich hätte mir das nie angeguckt. Ich gucke mir doch keine Gesprächssendung im Fernsehen an. Das war für mich sowieso, eigentlich passte nicht zu mir. Ich wollte dann lieber selber reden, als mir das anzugucken. Also ich glaube, es ist per se kein wirkliches junges Format. Ich glaube, dass die Talkshows so lange da sein werden, wie es das Fernsehen gibt, und zwar auch diese Form, von der sie sagen, dass sie nicht von den jungen Leuten gesehen wird. Ich stimme völlig zu, das hat alles seine Fehler. Aber es ist eben nach meinem Dafürhalten, was unsere Sendung angeht, eben gerade nicht so eine nach Oeckel besetzte, also die Wichtigkeit und alle Parteien müssen vertreten sein. Und es passiert genau das, was man vorher sich denkt. So ist es bei uns ja nicht. Also genau bei uns passieren ja ständig Dinge, von denen dann wir wieder Dresche bekommen. Weil es heißt, hier, da haben sich zwei die Köpfe eingeschlagen, einer ist aufgestanden, ist aus der Sendung rausgegangen. Gestern hätte beinahe einer meiner Gäste die Sendung verlassen. Und bei uns passieren lauter Sachen... Worum ging es? Na, gestern ging es um Ernährung. Also Sie glauben gar nicht, wie ideologisch besetzt das Thema Ernährung ist. Es ist viel strittiger als Atomkraft heutzutage, würde ich behaupten. Es ist wirklich verbissene Positionen. Also ich bin auch gegen Phrasendrescherei. Wenn Sie mehr als zwei Politiker in eine Sendung einladen, haben Sie einen großen Anteil davon. Das ist nun mal so. Das ist der politische Diskurs. Ich habe in der Frage gesagt, warum... Deswegen laden wir immer nur einen ein. Und dann maximal zwei. Und der Rest kommt ganz anders her. Und wenn so ein Politiker ein Statement macht, sagt er, wieso hat sie nicht so lange nach, bis er wirklich, bis die Position geklärt ist? Machen wir manchmal. Also manchmal tue ich das. In dieser Sendung funktioniert es auch deshalb nicht, weil ich habe nicht nur einen Gast, sondern ich habe sechs Gäste. Meine Aufgabe ist es also, die in ein Gespräch miteinander zu binden und nicht so sehr permanent irgendwie einen so hochzumachen. Also anders als bei NTV damals. Anders als bei NTV, da haben wir dann auch häufig, oder ich habe dann auch häufig so lange nachgehakt, bis die Position klar war. Hier ist es so, ich versuche es dann ein, zwei Mal. Und meistens übernimmt dann ein anderer Gast, was ja auch der Sinn der Sache ist. Deswegen ist es da nicht hundertprozentig meine Aufgabe. Aber ehrlich gesagt, es gibt auch einfach Positionen, die manchmal auch dann nicht klar werden, wenn man sieben Mal nachfragt. Warum nicht? Weil es sie nicht gibt. Dann muss man am Ende des Gesprächs feststellen, offensichtlich sind sie nie in der Lage dazu einen Satz zu sagen. Vielen Dank. Aber das ist eben häufiger in den einzelnen Interviews zu machen, als in der Gesprächssendung. Warum machen wir alle ähnliche Sendungen? Kann ich Ihnen auch nicht beantworten. Wir haben quasi dieses Feld jetzt erstmal für uns entdeckt. Dann kamen die anderen noch dazu. Frank macht das ganz anders, aber sonst sind wir ja alle relativ ähnlich im Aufbau der Gästeauswahl. War so nicht geplant. Vielleicht überlegen wir uns dann auch mal was Neues. wenn die Kollegen das, was wir so schön gemacht haben, dann ähnlich dann auch machen. Mal sehen. Ich stelle mal die Sinnfrage. Also es ist ja eine Lebenszeit, die Sie haben, außer Sie sind irgendwie Buddhist oder sind ja auch manchmal so Leute bei Ihnen, so Wunderheiler und so. Apropos nicht geplant. Also wir machen wirklich, also uns kann man den Vorwurf nicht machen, dass unsere Sendung nach Drehbuch geht. Wirklich nicht. Ähm, nur manchmal. Na, wenn man, klar, wenn ich Hans-Olaf-Henkel-Einlage zum Euro, dann gibt es natürlich eine klare Positionsbestimmung und das ist auch manchmal ganz gut so. Ja. So, die Sinnfrage. Die Sinnfrage. Warum? Sie stehen morgens auf, packen ihre Sachen zusammen, ziehen sich da an, gehen da hin und machen sich Gedanken, die Gäste und so. Warum? Warum das alles? Also wo ist der Anspruch, das so zu machen? Warum machen Sie das? Was ist die Motivation? Weil mein Tag eben nicht so ist, wie Sie es gerade beschrieben haben. Für mich die Motivation ist nicht der Dienstag, an dem die Sendung stattfindet. Meine Motivation ist Freitag, Samstag, Sonntag, Montag. Das sind die Tage, in denen ich mich mit meinen Themen und meinen Gästen beschäftige. Da lerne ich was, ja. Also es gibt ein paar Themen, da denke ich auch mittlerweile, okay, die siebte Steuerreform muss ich jetzt nicht mehr lernen, aber häufig ist es doch so, gestern war wieder ein Beispiel, da haben wir eine Sendung über Dicke, Ernährung gemacht und es gab wieder ein paar Sachen, die ich nicht wusste. Und das Lesen, die Vorbereitung auf die Sendung, die Recherche, auch manchmal das Indringen, das in eine Biografie. Am Dienstag, jetzt nächste Woche ist Bettina Wulff zu Gast. Ich lese gerade mit großer Begeisterung ihr Buch. Das ist meine Motivation. Ich habe das Studium, was ich begonnen hatte, nach drei Tagen aufgegeben. Wenn Sie so wollen, ist es meine sehr oberflächliche, aber dann doch lebenslange Art zu studieren. Ich habe sehr viel von Ihnen gesehen. Also wirklich, vom Kindesbein. Sie haben ja noch einen Job, Sie müssen ja doch... Ja, ja, aber so zwischen 13 und 14 war ich vielleicht sogar verliebt in Sie, ich weiß es nicht mehr. Aber... Ja, das ist ja jetzt nochmal. Sie sind ja verheiratet, das stimmt. Ja, das stimmt, ja. Okay. Ich frage mich tatsächlich, jetzt haben Sie mich echt aus der Fassung. Ich frage mich dann wirklich, ist das der Anspruch? Ich meine, es ist ein Theater, heute irgendwas, ESM-Beschluss, irgendwie wichtig, jetzt muss ich irgendwelche Leute einladen, machen wir irgendeine Sendung und so weiter. Ist der Benefit wirklich dieses, ich lerne, ich erfahre? Oder ist es da nicht irgendwie ein ganz großer Antrieb noch? Die Zuschauer wollen hören, ich will die Welt verändern oder so, aber was ist es wirklich? Die Welt werde ich nicht verändern. Das werde ich mit einer solchen Sendung nicht schaffen, wenn ich ab und zu mal ein oder zwei Menschen einen Gedanken nahe bringe, den sie vorher nicht hatten. Das ist schon viel. Ich bin Journalistin geworden, erst einmal, weil ich erfahren wollte. Und das Weitererzählen ist dann der zweite Aspekt dabei, aber der war für mich nicht vorrangig. Will ich die Welt verändern? Nein, aber ich möchte gerne in einem Land leben, in dem die Menschen, mit denen ich mir dieses Land teile und mit denen ich gemeinsam auch unsere politische Führung wähle oder Entscheidungen treffe, die für uns alle dann sind, Bescheid wissen. Und zwar eben über Sachverhalte, aber auch durchaus über die unterschiedlichen Möglichkeiten, eine Sache zu deuten, also eine Meinung zu haben. Das ist so ein grundaufklärerischer Impuls. Bescheid wissen, Informationen weitergeben, jemanden in die Lage zu versetzen, sich eine eigene Meinung zu bilden, ein Urteil zu fällen. Das ist der Grundanthieb, die größere Motivation. Neben der egoistischen, ich möchte lernen. Frau Maischberger, zum Schluss nenne ich immer drei Begriffe und bitte um drei kurze Assoziationen. Hildegard Hambrücher. Großartige, alte Dame, von der man viel lernen kann, vor allem in Bezug auf Haltung. Michel Friedmann. Großartiger, fast alter Kollege. Ohne Haltung. Von dem man ebenfalls viel lernen kann, nämlich Inszenierung, Provokation und eine klare, bissige Rhetorik. Drittens, Mutter sein. Mutter sein, wunderbar. Darüber können die am meisten erzählen, aber das lässt sich nicht in Worte. Ja, wir können ja irgendwie noch so einen Ratgeberblock irgendwann. Nee, kein Ratgeber, es fühlt sich einfach gut an. Viel zu spät entdeckt, wie viele von uns. Ich bedanke mich sehr für dieses Gespräch und ich hoffe, und Sie haben auch Lust, wir führen wieder mal ein Gespräch, vielleicht mal abends bei einem Wein oder so. In Vino Veritas, in diesem Sinne, auf keinen Fall nur einfach ein Glas Wein. Na, leider, leider. Ja, sehr gerne. Dankeschön. Dankeschön. Und ich danke auch euch, meine lieben Abonnenten. Ich fäde hoch. Und wenn ich euch schon erwähnt habe, alles Gute für die Zukunft, lieber Sven, liebe Antje. Und mein nächster Gast ist Florian Schröder, Kabarettist, und der hat jetzt sogar so eine Fernsehsendung bei SBR. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.